A, G, I, O, U, du gehörst doch nicht dazu. Komm und sei dabei und fühl dich heute frei. A, G, I, O, U, du gehörst doch nicht dazu. Na, Sammy, wollen wir Chips? Das ist einfach krass, na? Geil, wir auf Chips sind. Ich esse Chips. Was, willst du auch Chips? Chips! Komm mal, Sammy, direkt. Chips? Chips? Julius, sag ich schon. Julius kostet Chips-Tüte raus. Sammy? Sammy, du Schlingel. Das sind meine Chips. Wir haben auch endlich angefangen, Lars auf was zu gucken. Wir gucken jetzt die zweite Folge. Ich hab richtig Bock. Gefällt mir bisher sehr gut. Und was magst du? Sammy, mein Chips. Chips! Ich kenn keine andere Katze, die Chips mag, na? Nur Sammy. Mögen eure Katzen Chips? Chips? Okay. Ich bin seitens. Ist ja, was ich hier mal. Ich bin seitens. Eine Frage. Ich bin seitens. Ich bin seitens. Und das ist die Frage. Ich bin seitens. Ich bin seitens.